Und wirklich alles mitbekommt, was rund um die Springer passiert, uns auch immer mit Informationen versorgt, steht gleich ganz nah dran, Andrew Urlaub, schöne hohe Flugurve. Das sind die günstige Stunde genutzt, ein bisschen ruhigere Bedingungen erwischt, Sprung geliefert und dann macht das hier Spaß. Morgen soll es deutlich voller werden, haben wir von Inken Pallas gehört, die für uns vor Ort ist mit Markus Simon und natürlich auch, ja, nicht unbedingt schlottert heute, 6,5 Grad haben wir gesehen, es ist sehr, sehr wenig Wind, das ist aber gut so Sven, denn die Anlage ist nicht wirklich windgeschützt. Ja, also die Massen für Licht sehen wir alle, aber...